Hey, ist das lustig. Du und Peter haben dieselben Unterhosen. Was redest du? Peter trägt die Billigmarke Hanes. Du hast keine Hanes? Nein, ich habe Planes. Die tragen alle Piloten. Hier, Planes. Die perfekte Unterwäsche für unerwartete Windböen. Ist das wie Fürze? Ja, das ist wie Fürze. Ach, Peter hat behauptet, er hätte gewaschen. Und jetzt frage ich mich, ob er wirklich 30 Kilo abgenommen hat, wie er sagte. Was sagst du, Lois? Ich bin auf dem Fitnessbike. Und echt total am Schwitzen. Mann, dieser Bergmodus ist brutal. Hey, ich bin nicht schwul. Bist du nicht? Du wirkst aber sehr... Ja, ich bin Brite. Wir alle wirken so, aber wir sind das nicht. Nur im Geheimen. Danke nochmal, Brian. Und denk dran, benimm dich wie ein normaler, gut erzogener, nicht sprechender Hund. Nicht sprechen? Es reicht, wenn du bellst. Bellen? Gott, das ist ewig her. Ich versuch's. Waff. Waff? Was zur Hölle soll das? Ich arbeite dran. Ich wurde beraubt. Rupert, check die Schmuckschatulle, ob darin was fehlt. Ein Verlobungsring? Oh, haha. Sehr witzig, aber der falsche Zeitpunkt für dieses Gespräch. Jim, meine Freundin, Joko, oh yes. Sie ist bei allen beliebt, die mir nahestehen und stolz darauf, dass sie gute Dinge nicht kaputt macht. Ich lass euch einfach eure Musik machen. Ihr werdet gar nicht merken, dass ich hier bin. So tanzen Frauen, die auf Droge sind, ja. Entschuldigt mich. Ich dachte, du bist heute in Providence. Was soll das darstellen? Ich bin das Oh mein Gott-Reaktionsgif. Und die Leute kapieren das? Ja, alle sind als Gifts verkleidet. Habe ich recht, Paps? Ehrlich, Lois, ich hab keine Ahnung. Mein Gehirn kann keine Gedanken mehr denken wegen dem Internet. Ach, das reicht. Von nun an bist du ein Draußenpiter. Na los, raus. Raus jetzt. Geh in die Piterhütte. In deine Piterhütte. Ah, meine Hand riecht jetzt wie du. Ich bin ja so froh, dass du auch Hundefreund bist. Ich könnte mich nicht mit jemandem anfreunden, der Hunde nicht genauso liebt wie ich. Ist doch toll, dass wir dieselben Dinge mögen, sobald du sagst, was du magst. Oh mein Gott. Ich bin blind. Was heißt du, bist blind? Kannst du mich gerade nicht sehen? Nein! Aber den Herd und die Waschmaschine kannst du noch sehen, oder? Aber Mom, wir haben dir doch einen Ballon. Sie weiß noch nichts von dem Ballon. Eigentlich sollte ich nicht in Fahrtrichtung in einem Kindersitz sitzen. Es heißt, bis zu einem Alter von acht brauchen Kinder zumindest eine Sitzerhöhung. Haben Sie Kinder? Mach keinen Smalltalk mit dem Typ. Schon gut. Ist schön, wenn mal zur Abwechslung jemand fragt. Ja, ich habe vier Kinder. Alle tot. Ah. Und wie heißt der kleine Kerl? Äh, äh, das ist, äh, Harvey. Benannt nach Weinstein, äh, weil man seine Hoden sieht, wenn er die Tür aufmacht. Auch wenn ich jetzt vielleicht alt wirke, aber in den 90ern war es ein Riesenspaß, den Leuten seine Hoden zu zeigen. Meine Süßigkeiten! Sie sind alle weg! Selbst mein Reiter heißt jetzt Wichsriegel! Meine Schwuchtgummis! Meine Kinder Happy Homo! Meine rosa Pause! Wer hat mir das angetan? Wer stiehlt deine Baby-Süßigkeiten? Tja, wir haben's geschafft. Prösterchen! Ja, das haben wir, Chris. Cooler Legua. Er ist trocken. Ich nenn ihn Arid. Gege die Morgen allerseits. Lois, kommst du mal bitte kurz mit nach nebenan? Gern. Oh, klasse! Peter, was möchtest du zum Frühstück? Chocolate Chip Pancakes. Lois, kommst du mal bitte kurz mit nach nebenan? Also, was wolltest du? Waffeln? Ja, gern. Lois, kommst du mal bitte kurz mit nach nebenan? Ich konnte kein drittes Mal, also haben wir nur gelesen. I'm alright. Don't bother worry about me. Oh mein Gott, was hast du getan? Er sollte rechtzeitig abhauen. Das sollte ein harmloser 80er-Jahre-Spaß werden. Du hast die Taschenratte getötet. Geht's ihr gut? Nein, es geht ihr nicht gut. Nach Hause telefonieren? Es tut mehr weh als ein Besuch beim Friseur. Ah! Das ist, was Babys glauben, was beim Haareschneiden passiert. Im Geiste der wunderbaren 80er-Jahre werde ich nach oben gehen und ein Loch in die Wand bohren, um Mädchen beim Duschen zuzugucken. Abgesehen davon, dass das ziemlich problematisch ist, kannst du nicht einfach ein Loch in eine tragende Wand bohren. Weißt du überhaupt, wie das geht? Okay, das sind ein Trockenbaubohrer, ein Mauerbohrer, ein Spiralbohrer, ein Fliesenbohrer, eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion, ein Kabelfinder, ein Balkenfinder und ein Fettstift. Da will wohl jemand ein Loch in die Wand bohren, um Mädchen beim Duschen zuzugucken. Aber sowas von. Haben Sie eine Genehmigung? Geh gleich zum Rathaus. Klasse! Das sind drei verschwitzte Jogging-BHs von Lois. Oh, war ich wirklich so ein braver Junge? Kommt drauf an. Ich hab ein Katzenproblem. Erledige meine Katze und die gehören dir. Deal. Nur zu, Junge. Oh ja. Sie ist schnell gelaufen, weil Bonnie zugeguckt hat. Und ich vermach dir meine Penisvergrößerungsmaschine. Sie steht in meinem Schrank. Hast du geguckt? Schreibst du mir eine Nachricht, wenn du geguckt hast? Peter, was soll das werden? Du hast mir doch gesagt, ich soll die Achtziger aufgeben und ein neues Jahrzehnt finden, auf das ich stehe. Nein, so hab ich das nicht. Jetzt feiere ich die goldenen Zwanziger. Nicht, weil Kokain legal ist, aber hauptsächlich, weil Kokain legal ist. Nun ist es Zeit, ein äußerst dämliches Fluggerät zu entwerfen. Kokain-Maschinen. Warte ich das schaffen, gehe ich in die Geschichte ein. Wie mein Vorfahre, der neben Nathan Hale erhängt wurde. Ich bedauere, dass ich nur ein einziges Leben habe, das ich für mein Land geben kann. Wenn ihr mich umbringt, werde ich alles vollkotzen. Alles da vorne. Alles da vorne. Du, Historiker, schreib unser Beiderworte auf. Ist der nur die hintere Hälfte? Oh, Hinti? Ja, sie ist eine Kämpferin. Vielleicht sollte sie aufhören zu kämpfen. Keine Sorge, Lois, wir werden die ganze Zeit an deiner Seite bleiben und nicht draußen mit einem Ballon spielen. Ich liebe dich, Ballon. Oh, oh, nein, nein, ich komme, Ballon. Ich bin auch nicht gerade das, ich weiß nicht, clevere Gürkchen, für das mich jeder hält. Das clevere Gürkchen? Ich meine, äußerlich betrachtet schon, aber ich würde mir wünschen, dieses Gürkchen würde tief in mir stecken. Ich kann dir nicht ganz folgen, Stewie. Doch das Gute ist, Brians letztes Buch hatte sehr viele wertvolle Seiten. Ja, die taugten sehr gut als Toilettenpapier, weil Brian jetzt alt ist und Frauen nicht mehr durch Geschlechtsverkehr befriedigen kann. Ich kann's aber noch. Hat das damit zu tun, dass du an deinem Hochzeitstag keinen hochgekriegt hast? Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Und ich weiß, du magst Kindernudeln mit Tomatensauce. Natürlich mag ich Kindernudeln, ich bin ein Erwachsener mit einer Entwicklungsstörung. Moment, Moment, Moment. Moment, der Jammerkir ist nur für Weiße. Ist schon gut, Winnie. Lass uns wieder fahren. Nein, das ist nicht akzeptabel und damit werden die nicht durchkommen. Mein Freund ist auch ein Mensch. Wir verlangen eine Entschädigung. Das ist unerhört. Babe, Babe, bitte, Babe, hör auf zu weinen. Jedes Paar muss die Dinge zu seiner eigenen Zeit machen. Das heißt nicht, dass ich dich weniger liebe. Okay, gut, wie wär's, wenn wir uns am Wochenende Ringe ansehen? Ich weiß nicht, vielleicht bei Sales? Was anderes können wir uns nicht leisten, nachdem nur einer von uns arbeitet. Tut mir leid, tut mir leid. War nicht so gemeint. Warum gehen wir nicht zusammen essen, sagte er und ruinierte sein Leben. Ah, der Schallplattenladen. Hier gibt's die tollsten Alben aller Zeiten. Und die Verkäufer, die jedes einzelne davon hassen. Hey, haben Sie die Greatest Hits von den Eagles? Ja, steht unter Ü für übles Zeug. Und überschätzt. Danke, ihr bärtigen Versager. Ich bin hier grad beschäftigt, Babe. Ah, die verflixte siebte Stunde. Schnauze, warum gehst du nicht spazieren? Oh nein, nein, kein Spaziergang, kein Gassi. Nein, 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 wir gehen jetzt nicht, Gassi. Ich muss aufhören, Gassi zu sagen. Hab schon wieder Gassi gesagt. Und schon wieder. Liebling, ich würde gerne einen Schluck trinken. Bringst du mir ein Glas, Wasi? Oh nein, nein, Wasi mit W. W-A-S-S-I. Sie sagte Wasi. Sie sagte Wasi. Sie sagte Wasi. Ich werde beliebter werden als ein Robert Redford-Clip. Hey, wer weiß. Vielleicht drehen die eines Tages einen Film über uns. Diesen Sommer. Der Klettergerüstgipfel. Mit Chris Pine als Doug. Was? Und Paul Giamatti als Dewey. Komm schon. Hilfe, ich hab mir in die Hose gekackt und ich hab Höhenangst. Ich bin raus. Und Chris Hemsworth als die Gedankenblasenfreundin. Ein bisschen bleib ich noch. Okay, der Mörder war, ist mir egal, mit einem, das Spiel ist kacke, in der ich hätte keine Kinder haben sollen. Cluedo, Sie haben vor neun Jahren jemanden geschwängert und jetzt müssen Sie das spielen. Gott, bist du jetzt bei 1910 und im Stummfilmzeitalter gelandet? Morgen, Käpt'n Quirkmaier. Hey, wenn dieses Flugzeug ein großer Pimmel wäre, dann wären wir die Augen des Pimmels. Hallo, hier spricht ihr Käpt'n aus dem Cockpit. Sind aber ne Menge Peniswitze heute. Ruhe, Sie sprechen nicht. Und jetzt genießen Sie die Bordmusik, die ich aus meinem Handschuhfach mitgebracht habe. Noch Fragen? Ja, Mr... Officer, hei ja! Parken Sie auf dem Behindertenparkplatz? Ninjas haben keine Autos. Der wird abgeschleppt. Oh nein, mein Chevy Cruze! Danke, 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 danke. Danke, danke. Ist das Lois? Ich bin diejenige, die blind ist. Entschuldige, ich muss mich noch daran gewöhnen. Mein Gott, ich hänge hier oben fest. Ich muss meine Signalboa einsetzen. Wir haben eine Boa. Ich hänge immer noch fest, aber fühle mich bestätigt. Wollen Sie saufen und der Lehrerin Ihres Kindes zugucken, wie sie ihre eine Hose wäscht? Dann nichts wie hin. Oh, cool. Da müssen wir hin. Nichts ist schöner, als eine warme Windel direkt aus dem Trockner anzuziehen. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Die haben die Unterwäsche vom anderen getragen. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, krass, das ist total eklig, hoch 10.000. Hey, ist vielleicht voll blöd. Aber sollen wir auch mal Unterwäsche tauschen? Nur so aus Spaß? Was? Nein, das ist eine beschissene Idee. War nur ein Witz. Du bist so dämlich! Kann ich jetzt aufhören? Und wie viele Popel verzehrst du etwa pro Woche? Oh Gott, vielleicht einen? Vielleicht zwei in den Ferien, vielleicht? Stewie, ich bin dein Arzt. Ich muss dich nur ansehen, um zu wissen, dass du mehr Popel konsumierst. Ich glaube, du hattest auf dem Weg hierher erst einen. Was? Hast du Lust auf Sex mit meinem übergroßen Bärenpelz? Hm, der passt bestimmt perfekt zu meinem Riesennest aus kleinen Kräusellocken. Er hat mir immer sehr viel bedeutet. Und jetzt möchte ich, dass er dir sehr viel bedeutet. Wovon redet sie überhaupt? Spielzeug! Spielzeug? Oh, oh, Spielzeug! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Yay, Spielzeug! Yay, Spielzeug! Hallo allerseits! Das ist eine seltsame Muschel, die so ähnlich wie weibliche Genitalien aussieht, die mein Dad mag. So viel Spaß hatte ich das letzte Mal auf dem Friedhof. Wie gefallen dir diese Geräusche, hä? Mach das mal sauber, während du in der Hölle schmorst. Peter, können wir gehen? Ja, gleich. Was soll das heißen, du magst es nicht? Probier's doch, vielleicht gefällt's dir. Ich war beim Unterwäschedoktor und ähm, du solltest dich testen lassen. Es heißt, wenn du die Unterwäsche von jemandem trägst, trägst du auch die Unterwäsche von all denen, deren Unterwäsche er getragen hat. Das glaube ich einfach nicht. Ich dachte, ich kenn dich, Glenn Quagmire. Dad, Hilfe! Ich bin nicht Dad, ich bin Pete, der Pirat. Gott, wie oft muss ich das noch sagen? Wow, Alter, nein! Ich bin nur dein klarer Hetero-Moment. Oh, tut mir leid, ich wusste nicht... Kein Problem, Quagmire, aber die meiste Zeit hier drin werde ich damit verbringen, den Mut zu finden, einen Leguan anzufassen. Da ist er schon. Ich bin noch nicht bereit. Brian, der Hund meines Nachbarn, er kann sprechen. Brian, sag was. Was? Leck mich. Ich dachte, nach dem Unterwäschezurücktausch gestern ist alles wieder normal. Brian! Ja! 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 Ja!